Die Sendung wurde live untertitelt. Sie ist immer meine Tochter. Alles Liebe, Mama. Sehnst du dich nicht danach, jemanden zu lieben? Es ist nicht dasselbe, wenn man nicht zusammen alt werden kann. Ohne das bricht die Liebe dir nur das Herz. Dad, das ist Adeline. Wie ist das möglich? Sie sehen genauso aus wie eine alte Freundin von mir. Wir standen uns sehr nahe. Ich weiß fast gar nichts über dich. Es ist besser so. Nein, ist es nicht. Alle diese Jahre warst du auf der Welt und hast nicht wirklich gelebt. Ich weiß nicht wie. Sag mir etwas, das ich festhalten kann und ich lasse es nicht mehr los. Lass los. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt.